Musik Ich hoffe es geht Leute und heute zeige ich euch da draußen einfach mal 10 Skins die meistens oder größtenteils von etwas schlechteren Spielern, also von Noobs kann man schon fast so sagen in Fortnite benutzt werden und ich möchte mit diesem Video hier auf gar keinen Fall irgendjemand von euch verletzen also falls ihr hier irgendwie einen Skin Ingame spielt, der gleich erwähnt wird oder aufgelistet wird dann fühlt euch auf jeden Fall nicht so angesprochen, dieses Video dient eher zur Unterhaltung und nicht irgendwie, dass ich euch jetzt hier irgendwie verletze oder so, I don't know fühlt euch auf jeden Fall nicht so arg angesprochen hier mit diesem Video und falls du einfach nichts mehr rund um Fortnite verpassen möchtest und du generell so an meinem Content interessiert bist würde ich mich sehr freuen, wenn du mir genau jetzt mal ein Abo reindrückst und die Glocke aktivierst das würde mich echt supporten und falls du mich dann noch mehr supporten möchtest, kannst du dies dann auch noch im Fortnite Gegenstand shop machen bei Unterstützer & Creator kannst du dort auch meinen Tag eingeben und der lautet auf jeden Fall F.E.R. Bindestich Gaming, alles groß und zusammen und dann kannst du mich einfach in-game in Fortnite mit jedem getätigten Kauf dort unterstützen das würde mich auf jeden Fall mega, mega supporten und falls dir einfach das Gameplay so im Hintergrund gefällt, ist ein ganz guter Spieler dann checkt ihn doch gerne mal ab, ist auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung verlinkt das ist echt ein krasser Spieler, also checkt ihn gerne mal ab falls ihr mehr Gameplay sehen möchtet von ihm, das würde uns beide auf jeden Fall mega, mega freuen und jetzt würde ich schon sagen, fangen wir direkt mal mit dem Video an und äh, let's go! Auf dem 10. Platz habe ich auf jeden Fall mal den Omega Skin auf der Stufe 5 dieser stammt ja vom Omega Set und man konnte ihn halt im Season 4 Battle Pass ab der Stufe 100, ja, freischalten und ist an sich so ein ganz nicer Skin aber ihn benutzen halt viele, viele Noobs auf der Stufe 5 man muss dazu sagen, ab auf der Stufe 1 oder 2 ähm, benutzen ihn auch viele Tryhards, muss ich persönlich sagen also ich treffe viele Omegas auf der Stufe 1 bis 2 die echt gut spielen und das sind halt dann meistens so wirkliche Tryhards aber wirklich ab der Stufe 5 oder 4 oder, ja, äh, ich würde noch sagen 3 benutzen den halt wirklich keine Pros mehr, sondern viele, viele Noobs muss man, muss man an der Stelle echt sagen schreibt mal runter in die Kommentare, was ihr von dem Omega Skin auf der Stufe 5 haltet ich finde ihn, er schaut ganz nice, benutzen halt viele Noobs an sich aber das ist ja auch egal jetzt geht's auf jeden Fall schon direkt mal mit dem 9. Platz weiter viel Spaß! So, auf dem Platz Nr. 9 habe ich mal den Rambog Skin dieser ist ja ein Teil des Hightech Kämpfersets und man konnte ihn ebenfalls auch in der Season 4 im Season 4 Battle Pass ab der Stufe 1 diesmal freischalten also falls ihr euch wirklich den Season 4 Battle Pass gekauft habt habt ihr euch den halt automatisch so mit dem Kauf halt freigeschaltet ist ein Skin, den besitzen sehr, sehr, sehr viele von euch das weiß ich auf jeden Fall weil die meisten von euch haben bestimmt schon seit der Season 4 gespielt und deswegen ist das ein Skin, der ist null selten ich treffe ihn kaum in Game an, höchstens mal in Squad oder so und dort sind es wirklich dann nur Spieler die sind echt nicht so gut also ich möchte euch wie gesagt, wie vorher schon gesagt nicht beleidigen oder so ich bin jetzt auch, um Gottes willen ich bin echt kein guter Spieler so an sich also der Rambog Skin ist wirklich so ein Skin der wird halt echt nicht von Pro-Spielern benutzt und deswegen denke ich, hat ihr auf jeden Fall mal den 9. Platz verdient jetzt geht's aber sofort schon mit dem nächsten Platz weiter viel Spaß! Auf dem nächsten Platz habe ich mal den Farbenkanonier dies ist ja auch ein Teil des Sonnenschein und Regenbögensets, ich denke viele von euch besitzen ihn die meisten, muss ich dazu sagen, haben sich diesen Skin gekauft nur um diesen, ja, Farbenbomber-Rucksack diesen Einhorn-Rucksack halt freizuschalten und deswegen ist das ein Skin, der nicht gekauft wurde so wegen dem Skin, sondern eher so wegen dem Backbling weil viele waren halt auf diesen Farbenbomber-Backbling so gehypt und deswegen ist es wirklich ein Skin der wurde nicht wegen dem Skin so an sich gekauft sondern halt eher wegen dem Rucksack und deswegen wird der Skin halt auch seltener gespielt und falls er gespielt wurde, also falls ich ihn ingame antreffe ist das wirklich ein Skin den benutzen halt echt viele, viele Noobs kein, also ich hab noch nie einen Farbenkanonier jetzt mal Folil gesehen, der wirklich am Tryharden ist oder so und deswegen denke ich er hat auf jeden Fall mal instant den Platz 8 sofort verdient jetzt geht's aber direkt mal mit dem 7. Platz weiter viel Spaß! So, auf dem nächsten Platz hab ich mal diesen Rabenskin und dieser ist ja ein Teil des Nimmermeer-Sets ich denke, ihr kennt das alle ich denke, ihr kennt diesen Rabenskin alle ich meine, viele von euch besitzen ihn diesen konnte man sich ja schon ganz, ganz früher ich glaub so Season 4, Season 3 konnte man sich den auf jeden Fall mal kaufen im Shop da bin ich mir echt nicht ganz sicher weil man sich diesen Rabenskin echt kaufen konnte früher der war jetzt auch schon des Öfteren mal wieder im Shop also er ist echt nicht so selten aber so ganz früher war der halt so was anderes vom Style wenn ihr so wisst, was ich meine ich fände auch diesen Eisernen Käfig also dieser Rucksack von diesem Rabenskin den fahre ich persönlich auch ist echt ein nice Set dieses Nimmermeer-Set aber ich weiß nicht, viele Noobs spielen halt diesen Skin und deswegen hat ihr auf jeden Fall mal den Platz Nr. 7 verdient also jetzt mal unter uns Digga, welcher Pro spielt bitte schon den Raben da gibt's so ganz, ganz viele andere Skins die wirklich Try-Hard-Skins sind hier oben mal verlinkt hab ich ein Video dazu gemacht zu den 5 besten Try-Hard-Skins oder waren es schon 7 da bin ich mir nicht ganz sicher auf jeden Fall zu Skins die von Pro-Spielern benutzt werden checkt das doch gerne mal ab falls euch das interessiert als sechstes hab ich mal den Wukong-Skin und dieser ist ein Teil des Wukong-Sets und das ist wirklich ein Skin, oh mein Gott Leute den spielt kein einziger Pro und auch kein einziger durchschnittlich guter Spieler das ist wirklich ein Skin der wird fast nur von Noobs benutzt ich meine, das Ding ist er hat ja einen Backbring also einen Rucksack und das sind die royalen Flaggen und Leute, das sind richtige Try-Hard-Flaggen hier aber jetzt zu dem Skin, Digga der Wukong-Skin ist kein Try-Hard-Skin so an sich das ist wirklich ein Skin der wird meistens von echt nicht so guten Spielern benutzt und ich meine viele das ist genauso wie beim Farbenkanonier viele haben sich diesen Skin nur wegen dem Backbring gekauft auf dem nächsten Platz hab ich mal den abtrünnigen Agenten und das ist ja ein Teil des Taktik-Vektor-Sets man konnte ihn auf jeden Fall im ersten Starter-Pack kaufen und ich meine man hat ihn früher so Halo-Skin genannt als der ganze Skin geleakt wurde es entstand ein riesen Hype um dieses Starter-Pack Leute ich denke auch viele von euch besitzen diesen Skin er ist echt nicht selten ich meine wie viele Spiele haben schon zu dieser Zeit gespielt plus er war ultra gehypt zu dieses Starter-Pack so als nächstes hab ich mal diesen Flügelmann-Skin und dieser kommt ja aus dem zweiten Starter-Pack ist ja auch ein Starter-Pack-Skin und ich meine viel viel weniger haben sich dann mit dem Flügelmann-Skin geholt beziehungsweise einfach gekauft weil ich meine er ist nichts besonderes so an sich ich hab da ja auch schon mal ein Video gemacht über diesen Flügelmann-Skin aber ich meine ey er ist nichts so besonderes und ich Digga der ist kein Try-Hard-Skin so an sich ich finde er hat auch locker hier diesen Platz 4 auf dieser Liste verdient das ist wirklich ein Skin der ist jetzt nicht der ist nicht krass oder so ich finde er schaut auch nicht so nice aus jetzt mal ehrlich gesagt hat jetzt auf jeden Fall kein Starter-Pack verdient finde ich also da hätte ich mir was besseres aus dem Starter-Pack 2 erwartet ist ein ganz normaler Skin so an sich ich meine ich hatte ihn mir gekauft war ein krasser Fehlkauf an dieser Stelle mal aber ich meine es ist so und deswegen hab ich den jetzt mal in meinem Spind kann man schon haben aber keine guten Spieler benutzen mal diesen Skin jetzt geht's aber mal direkt mit dem ja Podest weiter und zwar mit dem dritten Platz und dort hab ich mal den Team Blauanführer gepackt und ähm das ist ein PS4 Plus Skin also er ist wirklich nichts besonderes und ihn kann man immer noch bekommen glaube ich da bin ich mir nicht ganz sicher ob man ihn immer noch bekommen kann oder ob man ihn ähm nicht mehr bekommen kann da bin ich mir nicht ganz sicher auf jeden Fall ich besitze ihn da mein Bruder halt eine PS4 besitzt und deswegen konnte ich ihn dann ganz easy snacken diesen konnte man halt bekommen wenn man dieses PS4 Plus besitzt und dort konnte man dieses ähm Pack dann hier im Store runterladen das ist auch ganz easy gewesen falls man wirklich diese PS4 Plus besitzt und dann hat man halt diesen Skin auf seinen Account bekommen ist ein ganz niceer Skin frei ich kann man gut spielen auch gut kombinieren mit Royalen Schild oder so I don't know jetzt schweife ich wieder zu Skin Combos ab und falls du nichts mal rund um Fortnite verpassen möchtest an dieser Stelle kannst du genau jetzt mal meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren damit du immer auf dem großen Stand bleibst was auf jeden Fall echt Fortnite angeht so jetzt geht's aber schon direkt mit dem zweiten Platz weiter Digga ich schweife immer direkt ab jetzt geht's direkt mal mit dem zweiten Platz weiter wie gesagt viel Spaß auf dem zweiten Platz hab ich mal den Technik Skin und das ist ja ein Teil Leute da bin ich mir nicht ganz sicher Aerosol Assassinen Set Digga ich weiß nicht ich hab safe falsch ausgesprochen aber das diesen konnte man halt im Season 4 Battle Pass ab der Stufe 23 freischalten ist ein Skin den besitzen halt echt echt viele weil Digga die meisten von euch haben wahrscheinlich schon bei der Season 4 gespielt zu dieser Zeit und deswegen ist ein Skin der ist echt nicht selten viele benutzen ihn und viele viele Noobs benutzen ihn halt auch das ist wirklich ein Skin der benutzen wenig 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 Schwitzer und jetzt fragt ihr euch so wahrscheinlich warum pack ich da nicht den Rostmeister ein Digga das ist ja der größte Noob Skin ja Leute das stimmt vielleicht aber weil er schon wieder so ein Noob Skin ist benutzen ihn auch wieder viele Schwitzer so an sich deswegen ist es ein Skin der kommt heute nicht im Video dran da klar ist der Rostmeister Noob Skin aber er ist so gespalten der Rostmeister viele Noobs benutzen ihn sehr sehr viele aber auf der anderen Seite benutzen ihn halt auch sehr sehr viele viele Schwitzer so das ist halt das Ding und bei diesen eben genannten Skins die benutzen halt fast keine Schwitzer so an sich und deswegen hab ich den jetzt hier nicht im Video deswegen wundert euch nicht falls ihr diesen nicht hier im Video hört jetzt geht es aber schon mit dem lang ersehnten Platz Nummer 1 weiter und zwar ist das der blauer Raser dieser blauer Raser Leute und das ist ebenfalls ein PS4 Plus Skin genauso wie der Team Blau Anführer also falls ihr die PS4 Plus besitzt dann könnt ihr euch diesen blauen Raser auch ja freischalten indem ihr in den PS4 Store da geht und euch dieses ganze Pack mit dem blauen Raser ja downloadet und dann bekommt ihr auf jeden Fall auch diesen blauen Raser auf eurem Account freigeschaltet ist ein ganz nicer Skin so futuristisch schaut er ja eher aus aber ich meine Digga das ist auch ein Skin den wir nutzen echt keine Pros sorry Leute an die die wirklich diesen blauen Raser aktiv spielen aber ich denke nicht spielt ihr diesen blauen Raser wirklich aktiv schreibt es mal gerne runter in die Kommentare und was sind für euch da draußen die 10 besten Noob Skins oder die 10 krassesten Noob Skins schreibt sie mir auch mal gerne runter in die Kommentare und habt ihr noch so Video Vorschläge dann auch ab damit runter in die Kommentare und falls du nichts mehr rund um Fortnite verpassen möchtest würde ich mich jetzt nochmal freuen wenn du genau jetzt mal meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst aber jetzt will ich schon sagen vielen vielen Dank dass du bis hierhin dran geblieben bist haut da rein und peace und peace